hallo zusammen heute nicht mehr von der symphony of the seas denn wir mussten heute morgen dann ja das schiff verlassen die cruise ist also schon zu ende ja und wir sind jetzt hier miami beach wir haben das meer hinter uns leider leider ist heute hier nicht so besonders tolles wetter also nicht sunshine state sondern es bewölkt und regnet ein bisschen und trotzdem es ist hier so viel schöner wenn man hier so live dann geht auf den bildern sieht es jetzt wahrscheinlich nicht so toll aus und auf dem video aber wenn man hier selber ist es selbst bei diesem wetter so viel schöner als wenn man in deutschland im grauen regen steht das ist unfassbar warm ist es dazu auch noch also ist der regen sogar so ein bisschen angenehm ja und wir lassen uns heute einfach noch ein bisschen treiben haben die koffer im hotel können aber erst später einchecken und was wir sonst noch so machen das schaue ich mal und ja wir sind hier schon ein bisschen durchgebummelt haben supermarkt ausfindig gemacht ja und jetzt genießen wir einfach mal und erkunden hier so ein bisschen wieder die gegend ja und ich nehme mich natürlich wieder mit ja und ich nehme mich natürlich wieder mit ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020